Herzlich Willkommen mal wieder zurück bei PyroShock und zwar, wie ihr seht, Leslie Schocks. Sind nicht neu, sind schon altbekannt, viele haben sie schon getestet. Ich hatte sie auch schon, aber wollte sie jetzt nochmal auf Video bannen für euch. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es euch hier angucken. Wahrscheinlich kennen sie viele, wie gesagt, fünf sind schon weg. Ich habe die ganze letzte einfach nicht so aufgezündet, nur mal kurz getestet. Sind, ja, also sind Superböller 2, ganz normale eigentlich. Man hat ein bisschen mehr erwartet davon. Qualität natürlich vorne und hinten mit Roter Pest. Ansonsten hart sind sie natürlich. Haben eine insgesamt NEM von 48 Gramm, wenn ich mich auf 20 Stück. Da, genau, 2,4 pro Stück ungefähr. Was davon letztendlich zu halten ist, werden wir sehen. Als Vergleich, wie die so sind, aktuelle Superböller 2 von Chromet. Das sind die weiß, ach nee, sind doch etwas ältere. Sind nicht die weiß-schwarzen, sondern die grünen-weißen. Sind aber auch verdammt hart. Dürften ungefähr dieselbe NEM haben, denke ich mal. Ansonsten werden wir mal schauen, welcher so mehr zu bieten hat. Ob die sich lohnt im 20er Pack oder doch lieber normale Superböller 2. Ja, viel Spaß dabei und ihr werdet sehen. So, kommen wir jetzt zum Test der Leslie Schocks. Wie gesagt, sollten eigentlich die super-besten Böller aus dem Jahr 2013 werden, waren hochgelobt. Und letztendlich, wie gesagt, doch nur einfache D, äh, Superböller 2. Ein bisschen anders gewandelt, äh, gewandelt nicht hier, gelabelt. Haben eine NEM von 2,4 Gramm pro Stück. Ein bisschen niedriger als die Booster B, äh, Big Booster 2 meine ich, sorry. Die haben, glaube ich, 2,87 oder so. Aber wir werden sie einfach mal mit, äh, etwas älteren, wie gesagt, äh, Superböller 2 von, äh, äh, schon Komet vergleichen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Der war schon mal nicht schlecht, im direkten Vergleich einfach mal einen von Komet. Der brannte noch ein bisschen nach. Jetzt kommt die Bahn, äh, bevor ihr da gleich nicht mehr hört, mal eben kurz Pause. Die Leslie Bremsen hier sind echt, boah, zum Glück konnte ich gerade mal eben Pause machen. Die zerstechen einen hier echt. Also, unser Hobby ist nichts für schwache Nerven. So, äh, ja, wie gesagt, jetzt mal der zweite, äh, Schock von Leslie. Ah, sind schon laut, aber ich finde, die Booster sind auf jeden Fall besser, wenn man die kriegen kann, statt denen. Weil das sind ja auch nur, ich glaube, 20er Verfassung von den Schocks. Also nicht wirklich viel. Naja, also beide nicht empfehlenswert. Die Komet Super 2, normale Tonschleuern sieht man ja, platzen normal auf hier. Und die Schocks, ich weiß gar nicht, zerlegen die kompletten Nähe, da sind auch noch welche. Ja, also, normale Superbelei eben, da kann man nicht viel von erwarten. Naja, trotzdem hoher. Schöne Teile, aber da muss letztlich wohl nochmal dran arbeiten. Schöne Teile Schöne Teile